Seit sieben Jahren bin ich nun in Nürnberg. Die Arena, die Stadt, die Eistaggers sind für mich ein zweites Zuhause geworden. Denn hier hat alles begonnen. Mein erstes DEL-Spiel, mein erstes Tor für Nürnberg. Hier habe ich viele Freunde gefunden. Manchmal aber auch weniger gute Freunde kennengelernt. Sieben Jahre voller Momente, die ich nie vergessen werde. Wie das allererste Wintergame. Gewonnene Playoffs Schlachten. Nervenaufreibende Auswärtssiege. Unzählige Ehrenrunden. Ohrenbetäubende Aufholjacken. Unvergessliche Länderspiele mit der Nationalmannschaft. Ab und zu muss man für sein Team auch mal eine dicke Lippe riskieren oder den Kopf hinhalten. Aus Fans wurden bekannte Gesichter. Und zusammen mit der Mannschaft eine große Familie. Für all das bin ich euch sehr dankbar. Servus liebe Fans. Ich möchte mich bei euch für die letzten sieben Jahre bedanken. Und freue mich auf vier weitere gemeinsame Jahre. Und hoffe natürlich, dass wir viele erfolgreiche Zeiten zusammen feiern können. Der kann doch auch so gut sein. Der kann doch auch so gut gehen. Wie geht's mit der Mannschaft. Wie geht's mit der Mannschaft. Bis zum nächsten Mal.